so oder machen wir mal weiter ja das wollte ich auch mal sagen dass wir damit jetzt endlich mal anfangen weil das ist definitiv vom event her weniger verbleibende zeit als hier jetzt das mit fischl da haben wir noch ein bisschen mehr zeit als für ihn hier deswegen würde ich sagen mache ich das erst mal das hier meine gute genau nehmen wir das mal kurz mit rein vor allem weil ich ja sowieso hier bin übrigens ich habe das rätsel hier mit den drei türmen geschafft das hier also wo wir einmal uns durchkämpfen mussten noch die letzte ebene und ich war so dämlich ich hätte einfach mit ja hoch springen können also ich brauchte nur seine ult benutzen und bin dann mit ihm quasi da wo ich ja versucht habe mit ihr also unsere protagonistin hoch zu klettern will ich ja mit ihm einfach hochgesprungen das hat auch funktioniert es war nichts bespannendes dass da sind dann aber nur piraten die piraten diese schatzräuber aufgetaucht und das war es dann schon das war eine falle von lehnen zwar jetzt nichts irgendwie von biller belang das war ja sowieso ein bisschen naja ich würde eigentlich mit meiner schwester noch mal multiplayer grinden aber die sitzt jetzt genau an der gleichen stelle fest mehr multiplayer ist einfach dicht naja und sie hat aber leider keinen job um da hoch zu springen na okay dann wollen wir mal ich habe bei du ein bisschen gelevelt ein bisschen gegrindet ein bisschen gelevelt ähm mit wem soll ich denn reden hier okay ja es ist nicht wo ist denn die löck die sammle ich hier schon die ganze zeit auf teilweise die gibt es ja hier überall was ach hier und was ist jetzt awful ach ach eigentlich nicht ach eigentlich nicht ach ach eigentlich nicht Okay. Hiya. Yeah. We're okay. Ah yeah. Yeah. Na dann? Ja. Das wissen wir doch. So, is Diluc picking out this year's grapes right now? Not just yet. He has a few more issues to sort out first. He'll start the process as soon as those are out of the... If you're interested, I'm sure Master Diluc would be delighted to see you and hear your thoughts. Welche Probleme denn? Yeah, okay. Okay. Oh yeah. 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 Mhm. Natürlich. Ja. Natürlich. Geht's natürlich um den Saft. Nur um den Saft. Okay. Dann gehen wir da mal hin. Falconküste ist ja irgendwo hier, genau. Ja, dann können wir ja gleich hier oben, ne? Dann können wir ja gleich nach da oben. Wie gesagt, also ich wollte das mal eben gemacht haben, dann wird wir dann, ähm, dann bin ich das rechtzeitig noch hab. Ja, und dann machen wir dann auch mit dem, äh, Immernachtreich weiter. Gehört das dazu oder ist das einfach, äh, zufällig daneben? Ist das ein Camp over there? Diluc is camping out in the wild? Warum nicht? Hm. Hier ist doch ein Buch! Maybe these enemies are really tough! And it's turned into a long drawn out battle! Hm. Let's go check it out! Hier ist doch ein Buch! Wir können doch nachlesen! Oder auch nicht. Maybe it's an adventurer camp! Oh, yeah! There's a piece of paper! And a notebook over there! Natürlich... Schn- Natürlich schnüffeln wir! Wir werden doch bestimmt gleich erwe- ja. Oder ein Bekannter. Ja. Naja, aber da steht ja nicht wirklich Diluc, da steht ja einfach nur, ne? Ja, das ist mir schon aufgefallen. Ja... Okay. Wir gehen da ganz unvorsichtig dran, wie so zwei Idioten, ne? Ja, wusste ich's doch. Naja, von dem Element-Ding. Ähm... Ähm... Ja... 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 Okay. Ich dachte, ich muss selber kämpfen, aber... Ich muss selber kämpfen. Ähm... Ja... 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 Der junge Diluc ist auch cool. Und stark. Und stark. Ja... 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 Das dachte ich mir schon. Ja... 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 Oh Oh, besiegt. Okay. Ja, ein Moment. Ich bin aber auch verwirrt. Ja. Ja, gut. Ah, okay. Okay. Ach, wir kriegen wieder was dafür, ne? Ähm. Achso, okay. Okay. Ja, gut. Ja, gut, dann kann ich erst mal da gucken, ne? Moment. Genau. Äh, warte. Den wollte ich denn nochmal als nächstes machen. Muss ich erst mal. Ja, doch. Ciao. Der hat es definitiv verdient. So oft wie ich mit dem kämpfe, ne? Ja, wie man ihn gesehen hat, habe ich bei dem halt auch schon hochgelevelt, beziehungsweise dann auch, ähm... Ähm, ne? Ja. Wollten wir nicht mit Deluc reden? Wo ist denn Deluc? Ich meine... Ne, außer hier jetzt vor unserer Nase. Naja. Ja. 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 Boring! Nein, weg da! Komm! Haben wir's geschafft? Ich mein, es war ja noch Zeit, ne? Müssten wir eigentlich... Naja. Das gibt's dann für die anderen Schwierigkeitsgrade, ne? Quasi. Na okay. Ich mein, kann ich das später immer noch machen? Erstmal das. Erstmal, ah, ich hätte mich auch da hinten heilen können. Egal. Dann halt so. Mal kurz heilen. Und dann gehen wir mal zum... Zum Weingut. Nee. Kommen wir mal rüber. Okay. Sind wir ganz umsonst hin? Naja, nicht ganz umsonst, aber ne? Storytechnisch hat's jetzt nicht so viel... Jetzt weiß ich auch, warum es, ähm, zeittechnisch nicht so viel Zeit beansprucht. Was halt auch sehr kurz ist. Ich würd's trotzdem mal gemacht haben. Zumindest die Story abgreifen, ne? Wenn ich das andere dann, äh... Die anderen Kämpfe mach ich dann auch einmal auf dem leichten Schwierigkeitsgrad dann nochmal im Dings und dann guck ich mal, ob ich die vielleicht noch privat nochmal mache. Die anderen Schwierigkeitsgrade, dass man dann nochmal die anderen Dinger bekommt, ne? Ja. Alles gut. Ja, ähm, genau. Stimmt. Okay. Okay. Naja. Ja. Okay. 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 Aber... Wir sind nicht gemeint, oder? Ja. Ja. Okay. 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 Mhm. Ah ja. Natürlich. Ja. 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 Wir nehmen den Zettel ganz oben drauf. Ja. 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 In diesem Fall, lass uns sie ein bisschen abschneiden. Du bist hier. Du gehst schnell. Woah! Da ist er! Was bist du über agoniert? Frau Adeline hat uns gelegt, um diese Texte zu stellen, und wir können nicht wissen, welche Formen sie sollte. Aber... Es ist deine persönliche Mail, also würde es für uns schuldig sein, zu lesen, ohne deine Verpflichtung. Ja. Es gibt keine Nervösung. Und ich kann sehen, aus den Augen auf deinen Gesichtern, dass sie ihr interessiert. Okay. Ah, ja. Ah. Ja. Ah, ja. Okay. Na dann. Tja. Tja. Okay. An den Erben von Rang Windor. Ich entschuldige mich dafür, dass ich diesen Brief ohne Vorankündigung verschickt habe. Nun lässt sich vielleicht nicht mehr an mich, aber wir sind uns schon ein paar Mal begegnet. Manchmal war es auf dem großen Platz. Manchmal saßen wir beim Hirschläger-Tisch an Tisch. Manchmal auch in deiner Taverne. Du bist immer mit allem Möglichen beschäftigt. Früher schienst du etwas rätseliger zu sein als heute. Und hast dich oft lebhaft mit deinen Freunden unterhalten. Natürlich ist es nicht allzu verwunderlich, dass du mich nicht bemerkt hast, aber ich habe dich immer beobachtet. Oh. Ist das hier das Mädchen von vorne? Ich kann mich noch genau erinnern, wie Klee einmal zu deinem Weingut gekommen ist, um Kristallschmattelingen zu fangen und alle Weinstöcke auf einmal ruiniert hat. Du bist nicht wütend geworden, hast Klee persönlich zurückgebracht und ihr sogar ein paar Flaschen frisch gepressten Traumsaft gegeben. Vielleicht hilft das deiner Erinnerung ein wenig auf die Sprünge oder das Jean. Vor kurzem hat Klee gesagt, der seltsame Mann mit den roten Haaren ist lange nicht mehr aufgetaucht. Daher beschloss ich aus Neugena nachzufragen. Was deinem Vater passiert ist, macht mich sehr traurig und es tut mir leid, mein Beileid. Alle sagen immer über dich, du seist perfekt und stolz, ein berühmter Ritter von geistiger Schärfe. Ich weiß aber, dass du freundlicher bist, als du aussiehst. Wärst du es nicht, wärst du mit Klee anders umgegangen. Und da du meinem Kind geholfen hast, hoffe ich, dass es dir nichts ausmacht, wenn ich dich behandle, als wärst du mein eigenes Kind. Daher wünsche ich von Herzen, dass du es schon bald aus dem Schatten, der dich umgibt, lösen kannst und nicht allzu lange in Trauer und Schuldgefühlen verweilen musst. Abschied sind die schmerzhaftesten Erfahrungen und doch gehören sie zum Wachstum dazu. Ein Fugel, der das Dach über seinen Kopf verliert, wird höher und weiter fliegen als andere seiner Art. Geh hinaus und seh die Welt, so kannst du sie kennenlernen. Nur fühlen, beobachten und zuhören könnte dein Herz jetzt reparieren. Eltern hoffen immer, dass sie ihre Kinder für immer begleiten können. Der Himmel, das Meer und die Sterne sind Zeugen dieses Eids. All das, was dein Vater war, lebt in dir weiter. Was auch immer du erlebst, wird etwas sein, was dein Vater erlebt hat. Ich wünsche, dass du all diese Dinge genießen kannst, die der Wind dir bringt. Ich steig wieder auf, mein junger Freund. Hm, ja. Dann nehmen wir mal den schön. An den Meister. Meister Kaya hat sich ein paar Tage Urlaub genommen, die er auf dem Weingut Morgenröte verbracht hat. Aus irgendeinem Grund hat er sich entschlossen, in seinem alten Zimmer zu nächtigen. In seiner Freizeit lief er überall herum und hat Adalind auch noch gebeten, ihm sein Leibgericht zu bereiten. Das erinnert mich ein wenig an früher. Ehrlich gesagt war ich sehr überrascht, als er zu mir kam und sagte, dass er mehrere Tage hierbleiben wollte. Aber wir haben nicht abgelehnt. Wir glauben, dass du das auch nicht ablehnen würdest, wenn du hier wärst. Das Weingut Morgenröte ist von jeher ein ruhiger Ort. Vielleicht liegt es daran, dass alle hier etwas ruhiger sind. Ein Haus ist so wie seine Bewohner und so hat Kaya's unerverhofftes Erscheinen es hier ein wenig lebhafter gemacht. Ich hoffe, dass es dir auf deiner Reise auch gut geht. Alle hier auf dem Weingut vermissen dich sehr. Ich wünsche dir Gesundheit und Glück. Hm. Ja. Achtsam. An Herrn Diluc. Es ist mir eine Freude, mit dir zusammen den Problemen mit dem Fluss der Elemente nachzuforschen. Wie du weißt, ist mein wesentliches Forschungsfeld die Alchemie. Vom Fluss der Elemente verstehe ich nicht viel. Kann lediglich über meine persönliche Wahrnehmung sprechen. Ist das von... Jetzt komme ich noch nicht mal auf seinen Namen, aber ihr wisst, wen ich meine. Und seinen Lieblings-Alchemisten. Laut der verfügbaren Literatur kann der Fluss der Elemente als eine Art Informationsträger angesehen werden. Unter bestimmten Umständen beginnt er das Geschehen in der Umgebung aufzuzeichnen. Albedo meine ich. Alle Informationen, die er wahrnimmt, werden mittels eines bestimmten Verfahrens aufgezeichnet. Nach Ablauf einer bestimmten Zeit können sie vom Fluss der Elemente wiedergegeben werden. Ich nehme an, dass es eine Möglichkeit geben muss, die Tätigkeit des Flusses der Elemente anzuregen. Soweit wir diese verstehen, werden wir in der Lage sein, den Fluss der Elemente zum Aufzeichnen und Wiedergeben von Informationen zu nutzen. Anhand von Runen und anderen Zeichen können wir schließlich schließen, dass manche Mitglieder des Ordens des Abgrunds tatsächlich mit geringer Wahrscheinlichkeit in der Lage sind, dies zu tun. Sie könnten für die weitere Forschung von entscheidender Bedeutung sein. Vor ein paar Jahren habe ich für einen Forschungsbericht etwas über die Strömung des Flusses der Elemente geschrieben. Eine Kopie des Forschungsberichts liegt diesem Brief bei. Ich hoffe, er kann deine Fragen beantworten. Naja, nur nicht ganz. All right, dann. Let's put the letters in the right order. If there's one thing we can take away from these, it's that Master Diluc has had a pretty difficult past. Not only was he misunderstood by the Knights of Evonius, but he's faced all kinds of other obstacles, too. Sounds like it's tough being Captain Pyro. Always fighting alone because, for one reason or another, it wasn't convenient for the people around him to help out. Okay. Yeah. That's true. Plus, he's got us now. We can give him all the help he could ever want. Oh, out of friendship, of course. Definitely not just for the grape juice. Yeah. Natürlich. Wait, what? Um. Is there a problem? Alles gut. Mr. Diluc, you're wearing your old outfit again? And you've tied your hair back. You look so formal all of us. Old outfit? You've seen it before? Tja. It was by that leyline anomaly. That was your past self, right? Huh. I'm surprised it made such an impression. Haha. Do you mind telling us what happened? What happened back then? Why were you fighting there? The same reason as ever. Just stopping another abyss order plot. Okay. They launched an offensive on several fronts at once. Unfortunately for them, they were still no match for me. Well, I've seen it. I've seen it. I have seen it. I've been guessing. Yeah, I'm sure. I haven't seen it before. Well, then. That was really good. Well, maybe he's saying, some spooky dialogue. You've seen it before. No pues. I've seen it before. I've seen it before. Well, this is what happened here. I've seen it before. I've seen it before. Okay. Okay? Wouldn't that have been a good thing? Depends. Most of the knights are away on expeditions, so they don't have a lot of people to spare. If the Ley Line Anomaly was just a diversion tactic, the Abyss Order could have been poised to attack somewhere else entirely, while the knights were scrambling to send what limited forces they have to Falcon Coast. But anyway, I have no interest in talking to the Knights of Favonius. Yeah, I know. Yeah, we know him. Okay. Das stimmt. Naja, ich bin ja auch noch da. Ja, ist doch in Ordnung. Tja, das stimmt. Gerne. Oh, cool, das ist. Okay. I happen to have an unopened batch, so I brought you a bottle to try. Aww. Das ist voll süß. Also was in dem Sinne des Wortes, was ist Saft? I didn't know you were such fans of Grapejuice. Next time you want some. Don't bother waiting for the discount. Just go down to the cellar and help yourselves. Aww. Dankeschön. Oh, wie süß. Pdimence going to tell everyone we meet that we're VIPs at the... This one bottle must be worth at least, like... Thank you so much, Ma... If you're free tonight, you're welcome to stay for dinner. Adalind is already making it. Okay. Okay. Das klingt doch nach was, was wir annehmen können, ne? Okay. Ja, 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 das kennen wir irgendwoher. Ich meine, wir sind ja auch an der Wand unterwegs, machen irgendwas für irgendwen, mit irgendeinem... Keine Ahnung. Oh, ja. Okay. Ja. Okay. Das, ähm, ne? Lassen wir es natürlich nicht zweimal sagen. Wir helfen natürlich sofort. Ich meine, wir haben den Saft ja schon, ne? Also trinken können wir ihn ja dann immer noch. Er wird ja nicht schlecht. Zumindest nicht so schnell. Nee. Dann gucken wir mal. Dann schauen wir mal. Tschüss. Achtung!